Hallo, heute habe ich mitgebracht was zu trinken und zwar ein Gutsman Gonzales Cerveza Oro. Guidae Mexiko. Also hergestellt, mexikanisches Bier wird vertreten aus Dresden. So, 355 Milliliter, Alkohol 4,5%. So sieht diese Flasche aus. Sieht ganz hübsch aus. Habe ich gekauft in Kassel in der Metro. So, hier habe ich jetzt einen Flaschenöffner in der Form eines Delfins. Schwuler Hai, Schwuler, 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 Wahl. So, ich mache hier mal die Flasche auf. Ich habe hier mein Klassbruch gebracht, ein wunderschöses. Habe ich mir in Österreich gekauft. So, auf damit. Hat ein kleines Pflug gemacht aus Bier. So, mal gucken. Es schäumt extrem viel. So, extrem schäumt. Gucken wir, wie das schäumt. Ist ja Wahnsinn. So, ein kleines Schüppchen haben wir noch drinnen. Hier brauchen wir gar nicht die Flasche zu drehen, um da mehr Schaum zu holen. Es ist ja extrem viel Schaum, schon vorhanden. So, das kleine Schlückchen machen wir noch rein. Und dann werden wir mal, was geht denn da rum? Äh, ein bisschen viel Dreck. So, gleich haben wir es. Eine schöne, guck mal her. Ein schönes Bierchen mit einer schönen Blumen oben drauf. Läuft schon an der Seite runter. Ich gucke mal, ob ich was im Öppchen habe. Nein. So, die Flasche ist leer. Das Bier setzt sich langsam ab. Das ist eine schöne, goldgelbe Farbe. Wenn man genau guckt. Es sprühlt ein wenig. Es ist genug Gas enthalten. Und jetzt probieren wir mal dieses mexikanische Bier. Ja, das mexikanische Bier. Schmeckt sehr süß. Ein wenig nach Holunder. Ja, es schmeckt ganz lecker. Sehr süß. Sehr weich. Es schmeckt gut. Es ist sehr schmackhaft. Ein schönes Kürbisbier. Das kann man runter schlucken wie Sau. Oh. Ja, ich habe es geschafft. So, das Bierchen ist gleich geschafft. Ein bisschen Schaum noch drin. So, das Bierchen schmeckt gut. Kann ich empfehlen. Goods Mank Gonzales. Ein leckeres Bier. Würde ich immer wieder kaufen. So, das war es, wie es euch gefallen hat. Bitte einen Daumen nach oben oder nach unten, wie ihr wollt. Und meine anderen Videos vielleicht auch eure Meinung zuschreiben. Wäre mal ganz schön. Dankeschön. Bis zum nächsten Mal. Ciao.